Auf der Homepage des Bookies angekommen, klicke auf Jetzt registrieren. Du musst nun deine Daten eingeben und abschließend die Datenschutzerklärung akzeptieren. Das zweite Häkchen ist für den Newsletter von Bet3000. Klicke auf Abschicken. Hier siehst du, dass deine Anmeldung erfolgreich war. Um dein Konto zu aktivieren, gehe in deinen E-Mails auf den Link, den Bet3000 dir zugeschickt hat. Nun kannst du dich in ein Konto einloggen und eine Ersteinzahlung leisten. Mit einem Klick auf den Button Einzahlungen, Auszahlungen, kommst du zu den Zahlungsmöglichkeiten. Wähle einen Mindestbetrag von 10 Euro aus und klicke auf Einzahlung. Nach Eingabe des PIN-Codes akzeptiere abermals die AGBs und klicke auf Bezahlen. Hier siehst du, dass deine Einzahlung erfolgreich war und diese sofort verdoppelt wurde. Nun kannst du mit den Wetten loslegen. Wähle Sportwetten mit einer Mindestquote von 2 aus, um deinen Bonus zu nutzen. Passe noch deinen Einsatz an und klicke auf Wette abgeben und bestätige deinen Wettschein. Bis zum nächsten Mal.